Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für American Red. Der American Red ist ein recht heftiger Long Drink, dessen Geschmack sehr auf den verwendeten Bourbon-Whisky ankommt. Da sollte man schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 4cl Bourbon-Whisky, 1cl Erdbeersirup, Ginger Ale, 1stück Erdbeere, Scheibe Zitrone, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Rührglas, Stirrer, Strähner, Tumbler, Trinkhalm. Zubereitung Eiswürfel in ein Rührglas geben, Whisky und Sirup dazugeben und mit einem Stirrer verrühren. Eiswürfel in den Tumbler geben, den Cocktail darin abseihen, mit Ginger Ale auffüllen, mit einem Stück Erdbeere und einer Scheibe Zitrone garnieren. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung Zubereitung